servus meine bayerischen freunde mein name ist k1 und wie ihr seht ich bin gerade hier in meiner wohnung ich bin frisch eingezogen hier in berlin und da habe ich gedacht ich schlade den bravo mal zu mir ein ich lade den wunderschönen berg ein der gerade in meiner kirche chillt und sich versteckt in der aufnahme ich lade sascha ein wir sind hier gerade in meiner wohnung und denkt euch nicht dass ich das alles eingerichtet habe weil es so cool aussieht das war alles meine freundin danke noch mal hier seht ihr meinen wunderschönen riesigen fernseher der auf jeden fall nicht auf legale weise gekauft wurde wir sehen die platten das war sieben moshido ich war dabei bei uns immer so wenn einer mitgeguckt hat an der platte dann kommt der gold und wie gesagt schon mit drauf deswegen und bravo web tv ist sie mit am start und wir schauen ein bisschen weiter ist mein tisch und ist krass an den möbeln ist das alles lag okay ist nicht so holz ich bin kein bauer aus dem 17 jahrhundert mit so antiken holzmöbel nein ich habe alles wirklich richtig stylisch gemacht und ich würde schon sagen es ist sehr sexy hier hallo mein name ist gewonnen was gedacht hier ist mein bett es ist 1 80 x 2 meter das geil ist auch wenn ich nackt bin ich kann mich dann links drehen rechts drehen überschlagen und handstand machen uns alles gar kein problem ja okay sascha gibt ein zeichen muss aufhören alles das kann es fast k1 webtefall zascha bravo was get up